Hey Tempo! Okay, hier. Vorsicht, sie ist heiß. Darlin, hebt diese Papierknäuel auf, oder? Es knallt! Und meine Abspruchsbesprechung? Ich dachte, die war heute fertig. Oh, ist kein Barton und ich brauch sie erst morgen. Und der Wetterbericht hat gesagt, dass es schneit! Hast du inzwischen das Buch gelesen? Es schneit! Wie ist das gut? Ich geh schon. Ja, ja. Oh ja, ein Christel. Was sagst du? Ja, sie ist hier so. Frau Selle, es ist Christel. Das hört sich gar nicht gut an. Danke. Vielleicht hat sie auch noch ein Buch gesprungen zu machen. Hallo Christel. Nein, hör auf zu weinen. Stell die Schallplatte leise an. Nein, nein, das ist schon gut. Nein, pass auf. Jack hat mich gekommen und holt mich ab. Dann gehen wir aus und reden wieder. Nein, ich finde dich nicht sämlich. Hm. Okay. Ist gut. Okay, bis dann. Hebt sie nicht auf. Darin soll das machen. Huiiii. Was ist los? Scheiße, vielleicht ist schon wieder aus. Was ist los? Ja. Ja. Es passiert sich um den Siegenen Bubba desde